Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns alles rund um das akute Corona-Syndrom anschauen werden. Das richtige Vorgehen bei einem Herzinfarkt kann Leben retten. Jede medizinische Fachkraft sollte sich also zumindest einmal mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Viel Spaß! Das akute Corona-Syndrom umfasst mehrere Krankheitsbilder, die auf eine unzureichende Blutversorgung des Herzens zurückzuführen sind. Es umfasst die drei Krankheitsbilder ST-Hebungsinfarkt, kurz STEMI, Nicht-ST-Hebungsinfarkt, kurz N-STEMI und die instabile Angina pectoris. Der STEMI und der N-STEMI können weiterhin zum akuten Myokard-Infarkt zusammengefasst werden. Für das bessere Verständnis besprechen wir hier schon einmal kurz die Unterschiede. Per Definition müssen die Patienten in jedem Fall Beschwerden im Sinne einer instabilen Angina pectoris haben. Die Kriterien eines N-STEMIs sind erfüllt, wenn zusätzlich die Herz-Enzyme eine Dynamik aufweisen. Ein STEMI liegt vor, wenn pectangelöse Beschwerden bestehen und sich im EKG signifikanter ST-Hebungen darstellen, die einer Region zuortbar sind. Auch beim STEMI sind die Herz-Enzyme im Verlauf erhöht. Im frühen Stadium sind diese jedoch meistens noch negativ. Passend zu diesem Video haben wir ein Skript geschrieben, in dem wir auf das akute Coronasyndrom und die Herzklappenerkrankungen eingehen. Dieses findet ihr unter medi-no.org. Beim akuten Coronasyndrom kommt es zu einer akuten Unterversorgung des Herzmuskelgewebes mit Sauerstoff. Hierfür gibt es grob zwei Ursachen. Entweder ist die Sauerstoffversorgung vermindert oder der Sauerstoffbedarf des Herzens ist erhöht. Die häufigste Ursache sind Stenosen, die durch eine Atherosklerose entstehen. Ab einem bestimmten Stenosegrad kommt nicht mehr genügend Blut in den nachgeschalteten Gefäßabschnitten an und es kommt zu einer Unterversorgung des Herzmuskelgewebes. Entsteht eine Ruptur eines Plaques, kann es zu einem akuten Herzinfarkt kommen. Tachycardien führen zu einer Verkürzung der Diastolendauer. In dieser erfolgt die arterielle Durchblutung des Herzens. Daher können Tachycardien, zum Beispiel bei einer Tachyarrhythmia aufgrund eines Vorhofflimmerns, ebenfalls zu einem akuten Corona-Syndrom und in der Folge zu einem Herzinfarkt führen. Auch eine geringe Sauerstoffsättigung oder eine Anämie können zu einer Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels führen. Eine Erhöhung des Sauerstoffbedarfs kann zusätzlich zu einem akuten Corona-Syndrom beitragen. Bei Fieber oder zum Beispiel einer Hypertonentgleisung kann der Bedarf des Herzens das Sauerstoffangebot überschreiten. Stellt sich nun also ein Patient mit der genannten Symptomatik vor, gilt es schnellstmöglich eine entsprechende Diagnostik und Therapie einzuleiten. Zur Bestätigung und Einordnung eines akuten Corona-Syndroms sind die folgenden drei Pfeiler wichtig. Anamnese und Identifizierung einer instabilen AP-Syndromatik, Blutentnahme der Herzenzyme sowie das möglichst schnellste Schreiben eines EKGs. Diese drei Pfeiler schauen wir uns nun einmal im Detail an. Durch die Unterversorgung des Herzmuskelgewebes kann es zu verschiedenen Symptomen kommen. Das führende und charakteristischste Symptom ist die sogenannte Angina pectoris. Angina pectoris bedeutet übersetzt Brustenge. Bei dieser kommt es aufgrund der vorübergehenden Minderversorgung der Cardio-Myozyten zu anfallsartigen, meist retrosternalen Schmerzen oder einem Druckgefühl auf dem Brustkorb. Diese Schmerzen strahlen meistens in den linken Arm, in den Hals und Unterkiefer, Bauch oder in den Rücken aus. Bei Patienten mit einem Diabetes mellitus oder auch bei Frauen können atypische Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Übelkeit auftreten. Hier sollte man also trotz untypischer Beschwerden ein akutes Corona-Syndrom nicht voreilig ausschließen. Die Angina pectoris-Symptomatik kann in eine stabile und in eine instabile Form unterteilt werden. Bei der stabilen Angina pectoris besteht kein Anhalt für eine klinische Progredienz. Und die Beschwerden klingen meistens nach kurzer Zeit entweder von selbst oder nach Nitratgabe ab. Die instabile Angina pectoris deutet auf eine progrediente Ischämie des Herzmuskelgewebes hin und ist somit ein Teil des akuten Corona-Syndroms. Damit die Kriterien einer instabilen Angina pectoris erfüllt sind, müssen die Beschwerden über 20 Minuten anhalten oder nur verzögert bzw. gar nicht auf Nitrate ansprechen. Die stabile und instabile AP-Symptomatik kann jeweils durch eine Stenose der Herzkranzgefäße hervorgerufen werden. Der stabilen AP liegt meistens eine chronische Verengung zugrunde, also eine koronare Herzerkrankung. Die instabile akute AP-Symptomatik entsteht meistens aufgrund einer Plaggruptur. In der Folge kommt es zu einer plötzlichen Verengung des Gefäßes und zu einer Unterversorgung der Kardiomyocyten. Ist das Gefäß komplett verschlossen, kann es zu einem Herzinfarkt kommen. Stellt sich ein Patient mit den zuvor beschriebenen Symptomen vor, sollte zu Beginn wie immer eine kurze Anamnese und körperliche Untersuchung durchgeführt werden. Hierbei sind insbesondere die Vorerkrankungen und Risikofaktoren von Relevanz. Weiterhin gibt die Ausprägung der Symptome und deren zeitlicher Verlauf wichtige Hinweise, ob ein chronisches oder akutes Geschehen vorliegt. Bei der körperlichen Untersuchung sollte man auf Zeichen einer akuten Herzinsuffizienz bzw. eines kardiogenen Schocks achten. Man sollte also die Vitalparameter, insbesondere die Sauerstoffsättigung, Blutdruck und den Puls erheben. Weiterhin sollte man das Herz und die Lunge auskultieren. Zum Beispiel kann eine hochgradige Ortenklappenstenose auch zu einer Angina pectoris führen. Hier hört ihr ein Beispiel einer Ortenklappenstenose. Bei einem Herzinfarkt kann es durch eine Nekrose des Papillarmuskels, der die Mitralklappe normalerweise hält, zu einer Mitralklappeninsuffizienz aufgrund eines Prolapses kommen. Folgend hört ihr eine Mitralklappeninsuffizienz. In der Auskultation der Lunge können Rassegeräusche auf ein Lungenödem hinweisen. Das besondere Therapiemaßnahmen bedarf. Daher solltet ihr euch auch diesen Auskultationsbefund gut einprägen. Zusätzlich sollte man sich auch einmal die Unterschenkel anschauen, da ein beidseitiges Ödem ein Hinweis für eine dekompensierte Herzinsuffizienz sein kann und eine einseitige Schwellung zum Beispiel auf eine Beinvenenthrombose hindeuten und somit den Verdacht auf eine Lungenembolie erhärten kann. Anhand der Anamnese und der Untersuchung sollten wichtige Differenzialdiagnosen frühzeitig ausgeschlossen werden. So kann zum Beispiel ein geschwollenes Bein oder eine Beinvenenthrombose in der Anamnese mit nun plötzlicher Luftnot auf eine Lungenembolie hindeuten. Ein Spannungspermothorax kann durch ein stark abgeschwichtes oder fehlendes Atemgeräusch auf einer Thoraxhälfte diagnostiziert werden. Bei einer Aortendissektion liegt meistens ein Vernichtungsschmerz zwischen den beiden Schulterblättern vor. Die Differenzialdiagnostik ist sehr wichtig, da sich die Therapien deutlich voneinander unterscheiden. Bei der Lungenembolie und beim akuten Koronarsyndrom ist eine Blutverdünnung notwendig. Würde man hingegen einem Patienten mit einer Aortendissektion eine Blutverdünnung geben, könnte es zu lebensgefährlichen Blutungen kommen. Bei einer Aortendissektion hingegen sollte eine OP möglichst frühzeitig erfolgen. Ein Spannungspermothorax sollte entlastungspunktiert werden und anschließend mit einer Thoraxdrainage versorgt werden. Bei dem Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom sollte zur weiteren Differenzierung der Ursachen eine Blutentnahme erfolgen. Hierbei sollten insbesondere die folgenden Parameter erhoben werden. Das kardiale Troponin und die CKMB, also die Kreatinkinase MB, gehören zu den Herzenzymen. Das Troponin ist ein Protein der kontraktilen Einheiten der Herzmuskelzellen. Bei einer Myokardschädigung tritt es ins Blut aus und wird dort messbar. Es ist der wichtigste Marker für einen Herzinfarkt. Zur Diagnose eines Infarktes reicht jedoch nicht ein einmaliger Wert aus. Beim Troponin kommt es vor allem auf die Dynamik an. So deutet ein fallender oder steigender Troponinwert auf einen akuten Herzinfarkt hin. Ein stabil erhöhter Troponinwert kann z.B. bei einer chronischen Myokardschädigung oder einer Niereninsuffizienz vorliegen. Das Troponin steigt erst 3 Stunden nach dem Infarkt an. Daher sollte es bei der Forschung des Patienten und nach 3 Stunden erneut gemessen werden. Troponin ist sehr sensitiv und eignet sich daher auch zum Ausschluss eines Myokardinfarktes. Mittels hochsensitiver Troponinbestimmungen kann je nach Essay ein Herzinfarkt bei einem normwertigen Troponin oder einer fehlenden Dynamik ohne Symptome nach einer Stunde bzw. 3 Stunden ausgeschlossen werden. Die Creatininkinase MB, kurz CKMB, ist ebenfalls ein Protein, das bei einer Schädigung der Herzmuskelzellen im Blut nachweisbar wird. Da die CKMB auch in den Skelettmuskeln vorkommt, ist sie weniger spezifisch für einen Herzinfarkt als das Troponin. Der Vorteil der CKMB ist jedoch, dass der Anstieg mit der Infarktgröße korreliert. Das Troponin steigt ca. 3 Stunden nach dem Infarkt an und erreicht sein Maximum nach ungefähr 12 Stunden. Die CKMB steigt 3-12 Stunden nach einem Herzinfarkt an. Hierbei befindet sich der maximale Anstieg 24 Stunden nach dem Infarkt. Es gibt noch weitere Herz-Enzyme und Marker, wie das Myoglobin, die Asat oder die LDH. Diese sind jedoch nicht herzspezifisch und haben daher nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Neben den kardialen Markern können folgende Laborwerte wichtige weitere Hinweise geben. Das Creatinin ist wichtig, um die Nierenfunktion einschätzen zu können. Im Rahmen eines Herzinfarktes kann es zu einem akuten Nierenversagen kommen. Gerinnungstests sind ebenfalls wichtig, da bei einem Herzinfarkt blutverdünnende Medikamente gegeben werden und vorher Gerinnungsstörungen ausgeschlossen werden sollten. Der TSH-Wert ist vor allem wichtig, da bei der weiteren Diagnostik und Therapie mittels eines Herzkatheters Kontrastmittel eingesetzt wird. Dieses enthält Jod und kann eine Schilddrüsenüberfunktion verschlechtern und im schlimmsten Fall zu einer theriotoxischen Krise führen. Zum Blutbild gehören unter anderem die Leukozyten und Erythrozyten. Eine Leukozytenerhöhung kann Hinweise für Entzündungen oder andere Differenzialdiagnosen geben. Geringe Erythrozytenwerte weisen auf eine Anämie hin, die, wie wir vorher bereits gelernt haben, auch eine Ursache für eine Angina pectoris sein kann. Weitere Laborparameter können wichtig für die Differenzialdiagnostik sein. Anhand der Dedimere kann man zum Beispiel eine Lungenembolie ausschließen. Das NT-ProBNP ist ein Marker für eine Herzinsuffizienz. Im Rahmen der Abklärung eines akuten Corona-Syndroms sollte in jedem Fall in unter 10 Minuten nach Vorstellung ein EKG geschrieben werden. Dieses erfolgt insbesondere mit der Frage nach ST-Hebung. Die ST-Strecke und die T-Welle stellt die Repolarisation der Herzmuskelzellen dar. Beim Herzinfarkt ist diese gestört, daher kommt es zur Veränderung der ST-Strecke und der T-Welle. Ist ein Gefäß komplett verschlossen und entsteht in der Folge eine Ischämie der gesamten Herzwand, unter anderem eben auch der subepikardialen Schicht, so kommt es zu ST-Hebung und einem ST-Hebungsinfarkt. ST-Hebungen werden ausgehend vom sogenannten J-Punkt gemessen. Dieser befindet sich am Übergang vom QRS-Komplex in die ST-Strecke auf dem isoelektrischen Niveau. Dieses ist definiert auf der Höhe der PQ-Strecke. Eine ST-Hebung gilt als signifikant, wenn sie eine Höhe ab dem J-Punkt von über 0,1 Millivolt hat. In den Brustwahnableitungen können ST-Hebungen von bis zu 0,25 Millivolt noch physiologisch sein. Bei einem Myokardinfarkt ist ein Abgang aus dem absteigenden eher typisch. Zusätzlich treten die ST-Hebungen bei einem Herzinfarkt in mindestens zwei benachbarten Ableitungen auf. Hier war es nicht die Nachbarschaft der Ableitung an sich gemeint, sondern die Zuordnung zu einem koronaren Versorgungsgebiet. Hier einmal eine kleine Übersicht über die verschiedenen benachbarten Ableitungen und deren Zuordnung zu einem Versorgungsgebiet. Kommt es beispielsweise in einem Ast der linken Koronararterie zu einer Plaggruptur und einer Unterversorgung des linken Ventrikels, treten bei einem ausgeprägten Befund ST-Hebungen in 1 und AVL auf. Bei einem Vorderbandinfarkt sind hingegen vor allem die Ableitungen V1 und V2 betroffen. Bei einem Links- oder Rechtsschenkelblock liegt meistens auch eine veränderte Erregungsrückbildung vor. Daher können diese eine ST-Hebung maskieren. Ein neu aufgetretener Linkschenkelblock mit passenden Symptomen sollte bis zum Beweis des Gegenteils als STEMI gewertet werden. Auf weitere Details und Besonderheiten gehen wir in unserem EKG-Kurs ein. Schaut auch dort gerne einmal vorbei. Anhand der genannten Befunde können wir nun den primären Befund eines akuten Koronar-Syndroms weiter klassifizieren und eine genauere Diagnose stellen. Bei der instabilen Angina pectoris liegt die vorher besprochene Symptomatik vor. Die kardialen Marker sind hierbei negativ und es liegen keine ST-Hebungen vor. Beim N-STEMI liegt eine instabile Angina pectoris vor und die kardialen Marker sind erhöht bzw. weisen eine Dynamik auf. Beim STEMI liegen zusätzlich zu der Symptomatik und den erhöhten kardialen Markern auch noch ST-Hebungen vor. Ein STEMI kann jedoch auch diagnostiziert werden, wenn die kardialen Marker noch normwertig sind, aber bereits ST-Hebungen vorliegen. Der STEMI und der N-STEMI sind jeweils ein Herzinfarkt. Im Gegensatz zur instabilen AP kommt es bei diesen zu einem Untergang der Herzmuskelzellen. Daher ist in diesen Fällen auch das Troponin erhöht und bei einer instabilen Angina pectoris nicht. Liegt ein akutes Koronar-Syndrom vor, sollte schnellstmöglich eine Therapie eingeleitet werden. Diese unterscheidet sich je nachdem, ob eine instabile AP, ein N-STEMI oder ein STEMI vorliegt. Die folgenden Maßnahmen sollten jedoch nach individueller Abwägung bei jedem Patienten mit einem akuten Koronar-Syndrom erfolgen. ASS gehört zu den Thrombozyten-Aggregationshämmern und führt zu einer Blutverdünnung. Es verhindert die Entstehung weiterer Thromben. Nitrate können zur Symptomlinderung bei einem N-STEMI oder einer instabilen Angina pectoris verwendet werden. Sie führen zu einer vermehrten Freisetzung von Stickstoffmonoxid und führen so zu einer Dilatation der Herzkranzgefäße. Es sollte nicht bei Hypotonien oder gleichzeitiger Einnahme von Potenzmitteln angewandt werden, da diese die blutdrucksenkende Wirkung der Nitrate multiplizieren können. Bei Sauerstoffsättigungswerten unter 90% kann zusätzlich Sauerstoff gegeben werden. Sauerstoff und Nitrate sollten nicht standardmäßig, sondern nur bei gegebener Indikation gegeben werden. Bei Schmerzen oder Angstzuständen können zusätzlich Morphin oder Benzodiazepine, wie z.B. Midazolam, verabreicht werden. Hierdurch beruhigt sich der Patient und der kardiale Sauerstoffbedarf sinkt. Merken kann man sich das Ganze mit dem Spruch Mona. Natürlich sollte jeder Patient mit einem akuten Koronar-Syndrom gemonitort werden, da es zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen kommen kann. Bei einem STEMI sollte der Patient schnellstmöglich in den Herzkatheter geschoben werden und eine sogenannte PCI, also eine Percutane Coronary Intervention erhalten. Bei einem Herzkatheter wird meistens die Arteria radialis punktiert. Anschließend wird ein dünner Draht über die arteriellen Gefäße bis zu den Herzkranzarterien vorgeschoben. Über diesen wird Kontrastmittel appliziert, sodass man die Herzkranzgefäße von außen mittels eines Röntgenapparats beurteilen kann. Hier sehen wir eine Kontrastmittelaussparung, die mit einer Stenose der Koronar-Arterie korreliert. Man kann nun den Katheter über die Stenose vorschieben und bei Bedarf ein Stent in das Gefäß applizieren, damit dieses zum einen wieder eröffnet wird und zum anderen auch langfristig offen bleibt. Wenn innerhalb von 120 Minuten kein Herzkatheter verfügbar ist, sollte eine medikamentöse Lysetherapie begonnen werden. Diese ist aber der PCI vom Outcome her deutlich unterlegen und ist daher nur zweite Wahl. Bei einem STEMI sollte natürlich auch zuerst die Allgemeinmaßnahmen eingeleitet werden. Bei einem STEMI kommen statt den Nitraten vorwiegend Opioide zur Schmerztherapie zum Einsatz. Zusätzlich zu den medikamentösen Allgemeinmaßnahmen bedarf es beim STEMI weiterer Medikamente. Aufgrund des nötigen Stents sollten Patienten mit einem STEMI eine doppelte Blättchenhemmung, kurz DAPT, erhalten. Ohne diese ist das Risiko eines STEMI-Verschlusses deutlich erhöht. Die DAPT besteht aus ASS und einem ADP-Rezeptorhemmer. Bei Patienten unter 75 Jahren ist Prasugel das bevorzugte Medikament. Über 75 Jahren Ticagrelor. Zusätzlich sollten die Patienten im Rahmen der Herzkatheteruntersuchung eine Antikoagulation erhalten. Hierbei werden vor allem Heparine eingesetzt. Besonders geeignet ist unfraktioniertes Heparin, da es sich sehr gut steuern lässt. Die Antikoagulation soll thrombembolische Komplikationen verhindern. Bei stabilen Patienten können weiterhin Beta-Blocker gegeben werden, da diese vor Arrhythminen schützen können. Beim NSTEMI bzw. der instabilen Angina pectoris gilt es zunächst das Risiko für einen Progress bzw. weitere Komplikationen abzuschätzen. Auf ein erhöhtes Risiko deuten starke Brustschmerzen in Ruhe, eine ausgeprägte vegetative Symptomatik wie z.B. Kaltschweißigkeit, Hypotonien oder Tachycardien, ST-Senkung im EKG oder Wandbewährungsstörung im Echo hin. Auch hier ist eine thrombozytenaggregationshemmung mit ASS und eine Gabe von Beta-Blockern sinnvoll. Zusätzlich sollten die Patienten eine Antikoagulation erhalten. Im Verlauf sollte je nach individuellem Risikoprofil ebenfalls eine Herzkatheteruntersuchung zur weiteren Abklärung erfolgen. Bei einem NSTEMI sollte eine Koronarangiografie innerhalb von 72 Stunden erfolgen. Und zum Ende mal wieder ein kleines Quiz. Schau doch gerne unser Fallbeispiel-Video an. Dort gibt es viele weitere spannende Fragen. Unter anderem klären wir hier, warum es bei einem STEMI zur ST-Hebung kommt und bei einem NSTEMI nicht. Ein Patient klagt über Pektanginösebeschwerden, die seit über 30 Minuten bestehen. Was liegt hier vor? In diesem Fall liegt eine instabile Angina pectoris vor, da die Schmerzen länger als 30 Minuten anhalten. Für die Diagnose eines NSTEMIs bräuchten wir ein positives Troponinlabor und für die Diagnose eines STEMIs müssten ST-Hebungen im EKG vorliegen. Welches Medikament wird nicht standardmäßig bei einem STEMI gegeben? In diesem Fall sind es die Nitrate. Die anderen Medikamente sind auf jeden Fall notwendig. Es liegt eine ST-Hebung in 1- und AVL-Form. Welcher Region sind diese Ableitungen zuzuordnen? Diese Ableitungen sind der Seitenwand des linken Ventrikels zuzuordnen. Ja, das war das Video zum akuten Koronar-Syndrom. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und ihr konntet etwas lernen. Schaut auch gerne bei unseren anderen Videos zu den Fallbeispielen und zum EKG vorbei. Bis zum nächsten Video.